Friedrich Albert Moritz Schlick war ein deutscher Physiker und Philosoph. Schlick war der Begründer und einer der führenden Köpfe des Wiener Kreises im logischen Empirismus. Seine Beiträge im Rahmen einer wissenschaftlichen Philosophie reichen von der Naturphilosophie und Erkenntnislehre bis zur Ethik und Ästhetik. Leben Schlick studierte nach seinem Abitur am Luisenstädtischen Realgymnasium in Berlin Naturwissenschaften und Mathematik an den Universitäten Heidelberg. Lausanne und Berlin 1904 wurde er bei Max Planck mit einer physikalischen Arbeit über die Reflexion des Lichts in einer inhomogenen Schicht promoviert. Die folgenden drei Jahre verbrachte Schlick mit naturwissenschaftlichen Studien in Göttingen, Heidelberg und Berlin. 1907 heiratete er die Amerikanerin Blashegei Hardy und studierte ab Herbst 1907 in Zürich zwei Semester Psychologie. 1911 habilitierte sich Schlick mit der Schrift »Das Wesen der Wahrheit« nach der modernen Logik an der Universität Rostock, wo er bis 1921 forschte und lehrte. Hier arbeitete Schlick an der Reform traditioneller Philosophie vor dem Hintergrund der naturwissenschaftlichen Revolution. Aus dieser Zeit stammt auch seine freundschaftliche Beziehung zu Albert Einstein, mit dessen Relativitätstheorie er sich als einer der ersten auf ihre philosophischen Konsequenzen hin auseinandersetzte. Während des Ersten Weltkriegs leistete Schlick als Physiker zwei Jahre lang Wehrdienst auf dem Militärflugplatz Johannistal. 1917 erhielt Schlick den Titel eines Professors. 1921 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt mit einem Lehrauftrag für Ethik und Naturphilosophie. 1918 erschien Schlicks Hauptwerk »Die allgemeine Erkenntnislehre«, in der er gegen positivistische und neukantische Positionen einen erkenntnistheoretischen Realismus verteidigte. 1921 folgte Schlick einem Ruf auf eine ordentliche Professur an der Universität Kiel. 1922 übernahm er als Nachfolger Ernst Mastin Lehrstuhl für Naturphilosophie an der Universität Wien. Der dort 1924 von ihm gegründete interdisziplinäre Diskussionszirkel ist als der Wiener Kreis in die Philosophiegeschichte eingegangen. Daneben engagierte sich Moritz Schlick in der Volksbildung UA in der ethischen Gesellschaft und im Verein Ernst Mach. Ab 1926 stand Schlick in Kontakt mit Ludwig Wittgenstein, der ihn maßgeblich beeinflusste. Von 1929 bis 1932 diskutierte Schlick regelmäßig mit ihm. 1929 lehnte Schlick eine Berufung nach Bonn ab und wirkte in den folgenden Jahren auch als Gastprofessor. Seit 1929 gab er außerdem die Reihe »Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung« heraus. Nach der Machtergreifung des Austrofaschismus in Österreich 1934 blieb Moritz Schlick an der Universität Wien. Am 22. Juni 1936 wurde Schlick auf der sogenannten »Philosophenstiege« im Gebäude der Wiener Universität von seinem ehemaligen Studenten Hans Nelbeck, der 1931 bei ihm promoviert hatte, erschossen. Dieser hatte bereits zuvor begonnen, seinen Doktorvater zu terrorisieren und Schlick zweimal gedroht, ihn zu ermorden. Schlick hatte sich jeweils mit einer polizeilichen Anzeige gewehrt. Nelbeck war infolgedessen in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert, jedoch nach einiger Zeit als ungefährlich wieder entlassen worden. Der Täter, der vom Gericht für zurechnungsfähig befunden wurde, war folgeständig und ließ sich widerstandslos festnehmen, zeigte jedoch keinerlei Reue. Die Schwurgerichtsverhandlung nutzte der Mörder als Gelegenheit für eine öffentliche Selbstdarstellung und rechtfertigte sich unter anderem mit Weltanschaulichen Argumenten Schlicks' antimetaphysische Philosophie habe seine moralische Überzeugung verunsichert, wodurch er seinen lebensweltlichen Rück- und Zusammenhalt verloren habe. Als verharmlosende und vom politischen Kontext ablenkende Deckerzählung wurde vom Attentäter wie von weltanschaulichen Gegnern Moritz Schlicks ein Streit um eine Studentin namens Silvia Borowica als Tatmotive in den Mittelpunkt gestellt. Nelberg wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, 1938 wurde er von den Nationalsozialisten vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen. In zeitgenössischer Polemik wurde der ermordete Schlick von seinen Gegnern zum eigentlichen Schuldigen stilisiert und ihm die Verantwortung für seine Ermordung selbst zugewiesen, so von dem sich hinter dem Pseudonym Professor Doktor Austriakus versteckenden Juristen Johannes Sauter Der in der einflussreichen katholischen Wochenschrift Schönere Zukunft Schlick die Schuld für die liberale Scheidung von Wissenschaft Metaphysik und Glauben gab heute erinnert eine Plakette auf der Philosophenstiege der Universität Wien an Moritz Schlick Philosophie Bereits 1907 erschien Schlicks Buch Lebensweisheit Versuch einer Glückseligkeitslehre Die Fragen der Ethik erschienen 1930 als Band 4 der von Schlick mit herausgegebenen Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung eines Publikationsorgans des Wiener Kreises. In ihr versucht Schlick eine rein empiristische Ethik zu verwirklichen, die sich von einer Ethik mit moralischer bis metaphysischer Absicht abgrenzt. Interessant ist Schlicks Versuch auch deshalb, weil die Möglichkeit einer Ethik von den meisten Vertretern des logischen Empirismus grundsätzlich bestritten wurde. Laut Schlick ist die Ethik als empirische Wissenschaft möglich, als Teil der Psychologie. Sie soll verstehen, in welcher Situation etwas als gut bezeichnet wird, nicht, wie und wann etwas gut ist, geschweige denn sein sollte. So wird die Ethik eine Tatsachenwissenschaft, indem sie festhält, was der Fall ist, nämlich die Regel, nach der etwas als gut bezeichnet wird. Die Norm des Ethischen. Die Ethik soll aber nicht als reine Normwissenschaft des Was beschränkt bleiben, sondern auch kausal erklären suchen, wie es dazu kommt. Zur Frage nach dem Was gesellt sich die der erkennenden Ethik. Warum gilt es als Richtschnur des Handelns? Die große Gefahr ist dabei, dass die Ethik, anstatt beobachten, zu beschreiben, selbst das Gute bestimmen will und moralisch wird, als Tatsachenwissenschaft muss sich die Ethik an das halten, was beobacht und begründbar ist. Ethische Urteile über Wert oder Unwert werden in Hinblick auf menschliche Handlungen geäußert, eigentlich in Blick auf das Motiv, das der Handlung zugrunde liegt. Ein Motiv, das zur Handlung führt, ist zwar das, was der Handelnde will, aber nicht unbedingt das und bestimmt nicht das Einzige, was er wünschen kann. Wünschen lässt sich vieles, aber Wollen ist etwas ganz anders, ist, mehr Wollen ist identisch mit dem ersten, rein innerlichen Stadium der Handlung, der Anstrengung. Erste das Gewollte zwingend, so kann das Gewünschte ohne Folge bleiben und verschiedene, widerstreitende Formen annehmen. Darin liegt der Wettstreit der Motive begründet, durch den allein die Wertfrage einen Sinn hat, sofern der Mensch auch anders hätte handeln können. Laut Schlick will der Mensch schließlich die am meisten lustbetonte Vorstellung, was aber nicht mit Egoismus gleichzusetzen ist. Während der Egoist sich rücksichtslos verhält, gibt es viele lustbetonte Vorstellungen, die die Rücksicht zur Voraussetzung haben. Gerade die sozialen Triebe, die Schlick als die sittlichen Triebe par excellence bezeichnet. Es kann nicht die eigene unvermittelte Lustbefriedigung sein, die menschliches Handeln bestimmt, sofern diese zu Überdruss führt. Schlick unterscheidet zwischen Motivlust und Erfolgslust, zwischen denen zwar ein Zusammenhang steht, aber keine Identität. Die Freuden des Erfolgs können hinter die motivierenden Erwartungen zurückfallen, verausgabende Erfolgslust kann eine erneute Motivation verringern. Zugleich können Disziplin oder Verzicht, selbst Schmerz oder Traurigkeit lustvoll erlebt werden, sofern Lust nicht einfach identisch ist mit Glück. Unlust mit Unglück Die Bestimmung des Lustvollen oder Lustlosen orientiert sich nicht bloß an natürlichen oder individualistischen Bedürfnissen, sondern verweist den Menschen immer wieder auf seinen Umgang mit anderen, die H auf die Gesellschaft, sowie das Wollen des Individuums im Hinblick auf die Gesellschaft begriffen werden muss. So ist auch der Begriff des Guten nur als Funktion der Gesellschaft zu verstehen. Zwar wird der Einzelne zu solchem Handeln auch durch Suggestion, Erziehung und Belohnung und Strafe geführt. Im Kern folgt er aber einer eigenen Neigung, der Güte. Güte und Glück tragen denselben Ausdruck im Antlitz, der Freundliche ist zugleich der Freudige und umgekehrt. Was der augenfällige Ausdruck dafür ist, dass das Wohl des Einzelnen grundsätzlich im Verbund mit anderen steht. Darin liegt der Grund, dass Menschen nicht einfach unvermittelt die eigene Befriedigung suchen, sondern oft Verzicht üben oder auch dem Leid sich aussetzen. Nicht sein Glück ist dem Menschen am höchsten, sondern seine eigene Glücksfähigkeit, deren Wesen darin liegt. Dass Motivationslust und Erfolgslust in einem stabilen Verhältnis bleiben und der Einzelne sich in seinem Handeln nicht gegen seine Umwelt stellt. Sonstiges Im Jahr 1919 zum 500-jährigen Bestehen der Universität Rostock konnten die Fakultäten ehrungswürdige Persönlichkeiten benennen. Als Schlick erfuhr, dass Albert Einstein nicht benannt war, setzte er sich für ihn ein. Einstein wurde auf die einzige Liste gesetzt, auf der noch freie Plätze waren, die der Medizin. So kam es, dass Einstein diese Ehrendoktorwürde erhielt. Werke Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht des Berlin 1904 Lebensweisheit Versuch einer Glückseligkeitslehre Beck-Schäfer-Lagsbuchhandlung München 1908 Das Grundproblem der Ästhetik in entwicklungsgeschichtlicher Bedeutung In Archiv für die gesamte Psychologie 14 1909 S 102 bis 132 Die Grenze der naturwissenschaftlichen und philosophischen Begriffsbildung In Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie J.G. 34 1910 S 121 bis 142 Das Wesen der Wahrheit nach der modernen Logik In Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie J.G. 34 1910 S 386 bis 477 Gibt es intuitive Erkenntnis? In Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie J.G. 37 1913 S 472 bis 488 Die philosophische Bedeutung des Relativitätsprinzips In Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 159 1915 S 129 bis 175 Idealität des Raumes Inprojektion und psychophysisches Problem In Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie J.G. 40 1916 S 230 bis 254 Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik Zur Einführung in das Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie In Die Naturwissenschaften J.G. 5 1917 S 161 bis 167 177 bis 186 Erscheinung und Wesen In Kann Studien 23 1918 S 188 bis 208 Allgemeine Erkenntnislehre Verlag von Julius Springer Berlin 1918 Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik Zur Einführung in das Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie Verlag von Julius Springer Berlin 1919 Naturphilosophische Betrachtungen über das Kausalprinzip In Die Naturwissenschaften J.G. 8 1920 S 461 bis 474 Einsteins Relativitätstheorie In Mosseimer nach 1921 S 105 bis 123 Kritizistische oder empiristische Deutung der neuen Physik In Kann Studien 26 1921 S 91 bis 111 Hermann von Helmholtz Schriften zur Erkenntnistheorie HSG Moritz Schlick und M. Paul Herz Springer Berlin 1921 Helmholtz als Erkenntnistheoretiker In Helmholtz als Physiker, Physiologe und Philosoph Karlsruhe 1922 S 29 bis 39 Die Relativitätstheorie in der Philosophie Punkt In Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte 87 Leipzig 1922 S 58 bis 69 Naturphilosophie In Max des War Die Philosophie in ihren Einzelgebieten Berlin 1925 S 395 bis 492 Erleben Erkennen Metaphysik In Kann Studien 31 31 1926 S 146 bis 158 Nachgedruckt in dem Band gesammelte Aufsätze 1926 bis 1936 S 1 bis 17 Vom Sinn des Lebens In Symposion Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache JG 1 1927 S 331 bis 354 Erkenntnistheorie und moderne Physik In Scientia 45 1929 S 307 bis 316 Die Wende der Philosophie In Erkenntnis C 1930 S 4 bis 11 Fragen der Ethik Verlag von Julius Springer Fien 1930 The Future of Philosophy In Proceedings of The Seventh International Congress of Philosophy Oxford 1930 London 1931 S 112 bis 116 Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik In Die Naturwissenschaften 19 1931 S 145 bis 162 Gibt es ein materiales a priori? Punkt In Wissenschaftlicher Jahresbericht der Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien für das Vereinsjahr 1931 S 32 Wien 1932 S 55 bis 65 The Future of Philosophy In College of the Pacific Publications in Philosophy 1931 S 45 bis 62 A New Philosophy of Experience In College of the Pacific Publications in Philosophy 1931 S 63 bis 78 Corsality in everyday life and recent science In University of California Publications in Philosophy 15 1932 S 99 bis 125 Positivismus und Realismus in Erkenntnis 3 1932 S 1 bis 31 über das Fundament der Erkenntnis in Erkenntnis 4 1934 S 79 bis 99 Philosophie und Naturwissenschaft in Erkenntnis 4 1934 S 379 bis 396 über den Begriff der Erkenntnis in Erkenntnis 5 1934 S 181 bis 155 Ergänzende Bemerkungen über P. Jordans Versuch einer quantentheoretischen Deutung der Lebenserscheinungen in Erkenntnis in Erkenntnis 5 1934 S 181 bis 183 über den Begriff der Ganzheit in Wissenschaftlicher Jahresbericht der Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien für die Vereinsjahre 1933 S 1934 S 1934 S 1934 S 1935 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 De la Relation entre lénuschens psychologiques lénuschens physiques in Revue des Synthese 10 1935 s 5-26 sind Naturgesetze Konventionen. In Acts du Congresse Internationale de Philosophie Scientifique Paris 1935 i.V. Inductione Probabilité Paris 1936 s 8-17.2 1935 s 65-70. Gesetz und Wahrscheinlichkeit in Acts du Congresse Internationale de Philosophie Scientifique Paris 1935 i.V. Inductione Probabilité Paris 1936 s 8-17.2 1935 s 46-57. Meaning and Verification in The Philosophical Review 45, 1936 s 339-369. Über den Begriff der Ganzheit in Acts du Huitzime Congress Internationale de la Philosophie a Prag 2-7 September 1934 Prag 1936 s 85-99. Quantentheorie und Erkennbarkeit der Natur. In Erkenntnis 6, 1937 s 3-17-326. L'Ecole des Viennes et la Philosophie Traditionelle. In Travoduelle Exemil Congression Internationale de Philosophie i.V. L. Unite de la Science La Methode et les Methodes Paris 1937 s 199-107. Gesammelte Aufsätze 1926-1936. Gerolde und M. Co. Vien 1938. Online Archive. Grundzüge der Naturphilosophie. H.G. von W. Hollischer und J. Rauscher. Vien 1948. Die Probleme der Philosophie in ihrem Zusammenhang. Surkamp Verlag Frankfurt 1986. Moritz Schlick Gesamthausgabe. Springer Verlag Wien New York 2006 FF. Annähernd vollständige Autorenkopie von BD. Es win朝 были CharlesAM nói Al resolver. Also of those communities dedrtiren hacker viier. an. Vielen Dank.